Die vorliegende Präsentation gibt Ihnen auf sieben Folien einen kompakten Überblick über die Struktur und Inhalte des CO2-Minderungsprogramms. Das CO2-Minderungsprogramm fördert investive Klimaschutzmaßnahmen an bestehenden in Baden-Württemberg gelegenen Nichtwohngebäuden. Die Ermittlung des Förderbetrags orientiert sich in erster Linie an der durch die beantragte Maßnahme bewirkten CO2-Minderung. Für jede über die Lebensdauer der Maßnahme eingesparte Tonne CO2 wird ein Zuschuss von 50 Euro gewährt. Die Mindestfördersumme pro Antrag beträgt 3.000 Euro. Der maximale Zuschuss liegt bei 200.000 Euro. Antragsberechtigte im CO2-Minderungsprogramm sind Eigentümer, Mieter und Pächter von Nichtwohngebäuden. Förderfähige Maßnahmen können beispielsweise von Gemeinden, Städten und Landkreisen oder deren mehrheitlich kommunalen Unternehmen beantragt werden. Kleine und mittlere Unternehmen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und Heime gehören gleichermaßen zum Kreis der Antragsteller. Auch kirchliche Einrichtungen, Vereine und Einzelpersonen sind Zielgruppen des CO2-Minderungsprogramms. Das CO2-Minderungsprogramm fördert investive Maßnahmen an Nichtwohngebäuden. Förderfähig sind Vorhaben an der Gebäudehülle, die Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung sowie der Einsatz regenerativer Energien zur Wärmeversorgung. Letzteres allerdings nur in Kombination mit der Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes oder der Erneuerung der Heizungsanlage. Hierzu zählt nun auch die Installation von Anlagen zur Auskopplung von Abwärme. So kann beispielsweise eine Kommune Zuschüsse für die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes an einem Schulgebäude beantragen. Kirchliche Einrichtungen oder Vereine können in die energetische Sanierung ihrer Versammlungsstätten investieren. Und kleinen wie mittleren Unternehmen wird das Einspeisen von Prozessabwärme in ein Wärmenetz erleichtert. Die Höhe des Zuschusses wird in erster Linie über die eingesparte Menge CO2 ermittelt. Diese wird mit 50 Euro je Tonne vergütet. Diesem Betrag werden die Investitionen der beantragten Maßnahme gegenübergestellt und mit 30 Prozent zum Ansatz gebracht. Beide Ergebnisse werden verglichen, der kleinere Wert gelangt zur Anwendung. Dieser Zuschuss wird gegebenenfalls noch um einen Abschlag gekürzt, wenn die Maßnahme der Erfüllung der Nutzungspflicht nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz dient bzw. erhöht, wenn durch die Maßnahme mindestens der KfW-Effizienzhaus Standard 70 erreicht oder bereits systematischer Klimaschutz betrieben wird. Am Ende dieses Rechenganges steht der maßgebliche Zuschuss, der maximal 200.000 Euro betragen kann. Für diverse systematische Klimaschutzaktivitäten werden die Antragsteller im CO2-Minderungsprogramm mit bis zu sechs Boni belohnt, die den ermittelten Zuschuss um jeweils 10 Prozent erhöhen können, in Summe jedoch maximal um 40 Prozent. Die Boni kommen in der Hauptsache kommunalen Antragstellungen zugute, können jedoch bei Aktivitäten im Bereich des Energiemanagements oder des betrieblichen bzw. kirchlichen Umweltmanagements auch von anderen Antragstellern in Anspruch genommen werden. Die vollständig ausgefüllten Antragsunterlagen sind ausgedruckt, unterschrieben und in einfache Ausfertigung an die L-Bank zu senden. Sie ist die bewilligende Stelle und Herrin des Verfahrens. Der Antrag wird dort und gegebenenfalls auch von der KABW fachlich geprüft. Gemäß der aktuellen Verwaltungsvorschrift besteht die Möglichkeit, mit dem Vorhaben bereits nach Antragstellung zu beginnen, ohne dass dies förderschädlich wäre. Der vorzeitige Beginn erfolgt allerdings auf eigenes Risiko. Daraus besteht also kein Anspruch auf Förderung. Haben Sie die Maßnahme realisiert und liegen Ihnen alle Rechnungen vor, dann reichen Sie bei der L-Bank den Verwendungsnachweis ein. Die Fördersumme wird Ihnen dann nach positiver Prüfung überwiesen. Eine Antragstellung in allen drei Teilen des Programms Klimaschutz Plus ist durchgängig bis zum 30. November 2022 möglich. Die Förderbedingungen, die Antragsformulare sowie weitere Informationen zum Programm finden Sie auf der hier genannten Homepage. Falls Sie weitere Fragen zum Programm haben, wenden Sie sich bitte an die genannten Kontaktstellen.